Der da drüben? Ja, der ist das. Der blasse da, der aussieht, als ob er sich in die Hosen geschissen hätte. Ja, der. Also, dann los. Hey, komm zu dir. Was haben sie dir getan, hm? Alles in Ordnung? Danke, alles in Ordnung. Was ist denn hier los? Na mal eine Meinungsverschiedenheit, Chef. Die Sache ist schon vorbei. Ist alles in Ordnung. Könnt ihr keine Ruhe geben in der Freistunde? Er hat sich nichts getan. Er hat nur einen Schreck gekriegt. Alles in Ordnung, Chef. Dann schicke ich euch auch rein. Okay, Chef. Alles klar. Schon in Ordnung. Wie geht's dir, hm? Danke. Gut. Hier gut, keiner mehr was. Man kann sich doch verlassen. Du bist doch Fleischmann, nicht? Ja. Ross. Mein Name ist Albert Ross. Du hast doch schon von mir gehört. Nein. Na ja, du bist neu hier. Wie viel musst du abmachen? Und warum? Ein Jahr. Hab jemand überfahren. Ja, es hat sich rumgesprochen. Warst du besoffen? Mhm. Das ist doch nicht schlimm. Ein Jahr. Das ist doch gar nichts. Das machst du doch mit links. War acht Jahre hier. Acht Jahre? Ja. Ja. In zwei Monaten sind sie rum. Pass mal auf. Du stellst einen Antrag. Für die einen Rücken. Du hast ein Recht drauf. Du sagst, du hast mit mir gesprochen. Du willst zu mir in die Zelle. Die tun das. Ich habe eine gute Nummer beim Direktor. Okay. Gar kein Problem. Lona, was ist denn? Komm, 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 komm. Wir müssen ihn abholen. Man muss sich mit. Aber sie kann doch auch auf ihn hier warten. Ach, was glauben Sie denn, Herr Haller? Er will, dass sie mitkommt. Er hat extra gesagt, bring Lona mit. Ja, damit sie mitkommt. Ach so. Und für Sie wäre es auch besser. Sie kommen die nächsten paar Tage nicht hierher. Können Sie mir glauben. Jetzt komm. Bitte, ja. Fati. Fati! Dona Retta, du wirst aber hübsch geworden. Du siehst ja fabelhaft aus. Was ist denn? Haben wir kein Auto? Ja, wir warten ja schon seit einer Stunde auf dich. Ich wollte das Taxi nicht warten lassen. Ja, dann besorg jetzt eins. Telefonie oder Tur irgendwas. Da kann man sich ja gar nicht satt sehen. Was ist denn, kommst du? Ja, wir warten ja schon seit einer Stunde. No. Ja. Ja, wir warten ja schon. Ja, wir warten ja schon. Ja. 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 Sie sind also der Freund von meiner Tochter. Halla heißen Sie. Ja, Herr Ross. Haben Sie ein Verhältnis mit ihr? Misch dich nicht ein. Was ist denn das überhaupt für ein Kerl? Was machen Sie? Er ist Buchdrucker. Buchdrucker? Ja. Was denn, Sie machen Bücher? Ja, ich arbeite in einer Buchdruckerheide, wir machen Verschiedenes. So einen Typ wie dich kenne ich. Mit so einem habe ich gerade zwei Monate auf einer Zelle gelegen. Kein Saft, keine Kraft, scheißen sich dauernd in die Hosen vor Angst. Wofür haben Sie Angst? Dass Sie einen Ruhvater. Du hast doch keine Ahnung. Von überhaupt nichts. Und das werde ich dir beweisen. Na, was macht dein Freund? Steht da wie angewurzelt. Nicht die Hand heb da. Hast du ja gesehen. Weil er sich in die Hosen scheißt. Buchdrucker. Menschenskind. Was verdienst du? Betrachten wir die Sache mal von der Seite. Er ist noch in der Ausbildung. Halt die Klappe. Kann doch nicht selber das Maul aufmachen. Was ist mit dir? Ja, dass da keine Missverständnisse entstehen, mein Lieber. Hier geschieht, was ich will. Zeit, dass du das auch langsam schnallst. Deine Mutter hat das längst begreifen. Was ist mit dem Essen? Ich bin schon fertig. Ich bin schon fertig. Guten Morgen. Fröhlichen guten Morgen allerseits. Gut geschlafen? Hi, Ingers. Freut mich. Tag, Herr. Alles in Ordnung? Ja, ja, ja. Gut geschlafen? Anschließen. Anschließen. Ja, grüß dich, Mathis. Was macht denn das Einbruchsdizernat bei uns? Na, wir haben zusammen gegessen. Er hat mir gerade von seinen Sorgen erzählt. Hat er welche? Ich würde Ja sagen. Ja, wir haben es mit einer Serie von Einbrüchen zu tun seit einem Vierteljahr. Ganz raffinierte Bande. Spezialisten im Ausschalten von Alarmanlagen. Die machen mir im Moment das Leben sauer. Können wir was für dich tun? Ja, ich habe Harry nach euren Vorleuten gefragt, dass die sich mal umhören. Das tue ich doch gerne. Das tue ich doch gerne. Aber die müssen sehr vorsichtig sein. Wir haben es dann mit eiskalten Leuten zu tun, denen ich alles zutraue. Hat er nicht gesagt, wann er kommt? Nein. Aber du sollst hier warten. Ich warte ja schon eine Stunde. Ich warte draußen auf ihn. Hallo. Ja. Kann ich jemanden von Dezernat Einbruch sprechen, bitte? Ja, der ist hier. Mathis, ein Gespräch für dich. Von außerhalb. Ja, stellen Sie durch. Ja, Mathis? Ja? Was sagen Sie? Wer sind Sie? Ich will Ihnen nur einen Tipp geben, weiter nichts. Heute Nacht wird ein Einbruch stattfinden. Was? Was wird stattfinden? Ein Einbruch? Ja, Sie haben ganz richtig verstanden. Ein Einbruch. Heute Nacht gegen 10 Uhr bei der... Wo? Reden Sie doch weiter. Reden Sie doch weiter. Oh Gott, es will jetzt was passieren. 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 Blut, Blut. Hallo. Hallo. Was war das? Später von Glas. Ein Aufschreien, nichts erlaubt und dann stöhnen. Hallo. Ist die Verbindung noch da? Ja, es ist ein Wort. Kein Wort von Kriminalpolizei. Gib mal her, komm her. Lass den Teilnehmer feststellen. Hallo. Er spricht den Gast. Hier ist die Bundesbahn, Zugauskunft. Was ist da los bei Ihnen? Aufgelegt. Da waren noch Polizeisierungen. Ja, Sie haben ganz richtig verstanden. ein Einbruch. Heute Nacht gegen 10 Uhr bei der... Wo? Reden Sie doch weiter. Reden Sie doch weiter. So, jetzt passt auf. Da, zwei-, dreimal, ganz matte Geräusche. Klingt wie Schalldenk. Und zugleich Straßengeräusche. Und dann Polizeisierien. Ja, warum haben wir uns denn nicht als Polizei gemeldet? Jemand wollte uns einen Tipp geben. Irgendwer wollte ihn daran hindern. Warum soll er erfahren, dass es ihm gelungen ist? Beinahe. Ich habe gerade eine Meldung durchgekommen. Mord auf der Straße. Ein Mann ist in einer Telefonsäle erschossen worden. Wo? In der Streitmacherstraße. Gegenüber einem kleinen Lokal. Heißt, äh, die Kochstube. Kochstube. Die Kneipe kenne ich. Ah, Herr Inspektor. Also Schüsse, Schüsse habe ich überhaupt nicht gehört. Ich kam nur hier vorbei. Da geht die Tür auf und der Mann fällt heraus. Ich denke, der ist betrunken. Aber da sehe ich, dass der ganz blutbefleckt war. Haben Sie da jemanden in der Nähe gesehen? Ich meine, in der Nähe von der Telefonzelle. An der Telefonzelle? Nö, da hat niemand gestanden. Oder ein Auto angehalten. Aber hier ist doch Halteverbot. Oh, wir fahren nach Latsch. Ja, ja. Guten Tag, Herr Orbeinspektor. Junge, Junge, ist das ein Betrieb? Hier ist schon wieder eine Bekannte. Komm, verschwind. Kennen Sie den Mann, der da erschossen wurde? Ja. Ah, der hat sich erschossen? Ja, mit drei Schüssen von außen in die Telefonzelle hinein. Jetzt wiederhole ich meine Frage. Kennen Sie den Mann? Ja, den Mann kenne ich. Das hätte ich Ihnen ja sowieso gesagt. Er war bei mir im Lokal da. Und mit Pitsch ist er gesessen. Ja, es war nichts Besonderes los. Er hat bezahlt. Dann ist er gegangen. War es zum ersten Mal, ja? Na, der Mann, der da am Tisch gesessen hat. Ja, jedenfalls kann ich mich nicht an ihn erinnern. Raus mit der Sprache. Was war mit ihm? Na, nichts Besonderes. Der hat getrunken. Dann, ja. Ich bin ja kein Gedankenleser. Haben Sie ein Telefon? Telefon. Na, natürlich. Wollen wir doch nicht von hier aus telefoniert? Jetzt, wo Sie davon sprechen, wundert mich das auch. Hast du Namen, Adresse? Christoph Haller. Dann komm. Hilfe! 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 Kommen Sie doch, helfen Sie mir doch! Oh, da schauen Sie, schauen Sie! Oh, diese Bande, diese Verbrecher, diese Lumpen. Die haben mich am helllichten Tag haben, die mich gefasst. Zu dritt sind sie gekommen und haben mir den Mund zugehalten, hier, in dieses Zimmer haben Sie mich verschleppt. Ich bin ja fast der... Fast erstickt. Sie sind doch sicher, Frau, äh, äh, ich hab, äh... Gabler. Gabler, natürlich. Und wer sind Sie? Kriminalpolizei. Sagen Sie, der Christoph Haller, der wohnt auch bei Ihnen. Das ist mein Untermieter. Kommen Sie wegen dem? Ja, ja. Das Zimmer sieht ziemlich wüst aus. Das kann man wohl sagen. Was waren denn das für Leute? Ich hab Sie nie vorher in meinem Leben gesehen. Frau Gabler, können Sie die beschreiben? Ach, das ist doch alles so schnell gegangen. Ist irgendetwas, äh, gesprochen geworden? Gesprochen worden? Nicht ein einziges Wort. Aber ich habe gehört, wie Sie in dieses Zimmer gegangen sind. Schauen Sie es sich mal an. Ja, mein Gott. Ja, wie kann man ein Zimmer denn so zurichten? Die haben ja gehaust wie die Vandalen. Das sind doch meine Möbel. Das ist mein Schrank. Kommt das alles in die Zeitung, Herr Kriminalrat? Ja, wo ist denn übrigens dieser Haller? Den kündige ich auf der Stelle. Bis zum nächsten Ersten muss er hier sofort raus. Das ist nicht nötig. Er ist tot. Was ist der? Tot ist er. Erschossen worden. Erschossen? Ja, in einer Telefonzelle. Vorher hat er noch in einem Lokal gesessen, in der Kochstuhl in der Streitmaierstraße. Kennen Sie es? Nein, das Lokal kenne ich nicht. Ja, was wissen Sie denn über Ihren Untermieter? Was machte er, was arbeitete er? Buchdrucker war er. Ich weiß sehr wenig über ihn. Nachteiliges kann ich wirklich nicht von ihm sagen. Gab es Leute, die ihn besuchten? Nein, er hat niemals Besuch gehabt. Doch, doch, ein junges Mädchen war manchmal hier. Ah ja? Kennen Sie den Namen? Ja, Moment mal. Ross. Lona Ross. Warum soll sie nicht gehen? Ich habe gesagt, sie bleibt hier. Sie geht nicht weg. Aber sie ist doch verabredet. Und ich sage, sie wartet. Worauf denn? Bis ich sage, dass sie gehen darf. Setz dich hin. Seit einer Stunde sitzt du da und spielst deine Patience. Was dagegen? Nein. Nein, Heubert. Oder hast du vielleicht was dagegen? Nein, warum? Mach auf. Du bleibst sitzen hier am Tisch und rührst dich nicht. Und du sagst nichts. Nichts, was ich dir nicht zu sagen erlaube. Hast du verstanden? Ob du verstanden hast? Guten Tag, Herr Ross. Ich bin eine... Sie brauchen sich nicht vorzustellen. Sie sind Oberinspektor Derrick. Oder sind Sie inzwischen befördert worden? Ah, ja. Gross. Wir haben mal zu tun miteinander. Es sind ein paar Jahre her. Ja, ja. Ich erinnere mich, ja. Wie viel haben Sie damals gekriegt? Acht Jahre. Sie sind rum. Meine Frau. Guten Tag. Meine Tochter. Guten Tag. Deswegen sind Sie hier. Wollen mit Ihrer Tochter sprechen. Wieso? Hat sie was angestellt? Nein, nein, nein. Wir wollen Sie nur fragen, ob Sie Christoph Haller kennt. Ja, den Namen hat sie, glaube ich, mal erwähnt. Das ist noch was für ein Freund von ihr. Wieso? Was ist mit ihm? Er ist tot. Auf der Straße erschossen worden. Habe ich gesagt, du brauchst stehen sollst. Setz dich. Setz dich. Was ist mit dem jungen Mann passiert? Auf der Straße erschossen? In einer Telefonzelle. Wollte gerade telefonieren. Wir vermuten, dass er aus einem fahrenden Auto heraus erschossen wurde. Was denn? Aus dem Wagen heraus? Auf offener Straße? Ja, ja, ja. Dinge gibt's. Es gibt Dinge sehen. Aber vielleicht, äh, war's nicht mal geplant, hm? Vielleicht wollte man ihn nur daran hindern, zu telefonieren. Das ist Ihre Vermutung. Vermutung, ja. Ja, ja, kann man sagen. Was wollen Sie von uns? Schauen Sie, Ihre Tochter war mit Haller befreundet. Sie kann uns helfen. Wieder. Na nun, die Männer, die Haller erschossen haben, er hat sie doch sicher gekannt, nicht? Vielleicht kennt Ihre Tochter Männer, die, äh, na ja, Männer, die für eine solche Tat in Frage kommen. Antworte gefälligst. Und wenn du Nein sagen musst, dann sag's schnell, ihr die Polizei ihre Fantasien Gang setzt. Ich, ich, ich weiß nichts. Ich kenne niemanden. Ja, also. Wollen Sie sonst noch fragen? Nein, nein, das war die wichtigste. Der Tod von Haller geht dir sehr nahe raus. Man hat jemanden gekannt, der plötzlich tot ist. Das ist immer ein Schock. Können wir sonst noch was für Sie tun? Nichts. Was mir aufrichtig leidtut. Das weiß ich. Wiedersehen. Warum hast du ihn nicht gefragt, weshalb er gesessen hat? Was ich's weiß? Wegen Einbruch. Wegen Einbruch? Ja, wegen Einbruch. Da gibt es ja gewisse Zusammenhänge. Darum hab ich ja auch nichts von Einbruch gesagt. Oh, ja. Wir sind ein ganzes Stück weiter. Aber du kennst Ross nicht. Ich krieg dich hin. Zieh dich aus, geh ins Bett. Hast du nicht gehört. Ich habe keine Ahnung, wer dem Jungen das Ding verpasst hat. Mach ihr das klar. Ich erwarte, dass du ihr das klar machst. Und stell dich nicht so an. Noch was vergessen, Herr Oberinspektor? Nein, nicht schön. Doch, doch. Ich habe vergessen, mich für die Störung zu entschuldigen. Geschenkt. Mhm. Seit wann gibt es diese Einbrüche? Seit einem Vierteljahr, seit vier Monaten etwa. Das für Objekte? Supermärkte, Juweliere, Großhandlungen, alles große Sachen. Und es gibt Anhaltspunkte dafür, dass es sich immer um dieselbe Bande handelt? Sicher. Es wurden jedes Mal die Alarmanlagen aus der Kraft gesetzt. Sie kennen sich gut aus damit. Sehr gut aus. Mit jeder Art davon. Wir haben Experten befragt, die alle nur den Kopf schütteln. Man könnte fast annehmen, dass sie die Schaltpläne hätten. Alles über Ross. Ross? Albert Ross? Ja. Ist er wieder raus? Ich erinnere mich genau an den. Ein unglaublicher Bursche. Ja, so einer wie der könnte hinter der Sache stecken. Hat der mal was mit Alarmanlagen zu tun gehabt? Nicht, dass ich wüsste. Sein Merkmal war Brutalität. Soweit ich mich erinnere, hatte der Kerl nicht das geringste Gewissen. Der weiß nicht mal, was das ist. Bleibst du heute Nacht hier? Ich muss ja warten. Auf den angekündigten Einbruch. Aber eins freut mich, dass es jetzt auch euer Fall ist. Ja, das ist er. Hinzu kommt, dass ich den Mann kenne. Eine Totschlagsache, die ich ihm damals nicht beweisen konnte. Die achte Ross. Das ist alles, was ich auftragen konnte. Eins habe ich nie vergessen. Ross ist verdammt intelligent und gerissen. Jedenfalls habe ich ihn damals nicht überführen können. Ja, aber wenn Ross mit der Sache zu tun hat, warum beschatten wir ihn da nicht? Warum jetzt nicht, wo wir wissen, dass ein Einbruch stattfinden wird? Wenn es wirklich Ross ist, der mit der Sache zu tun hat, dann wird er genau darauf warten. Also warten, bis er einbricht. Mensch, das wäre ein Ding für meine Kinder. Mensch, das wäre ein Ding für meine Kinder. Da hinten in der Ecke ist die Treppe zum Büro. Dann müsst ihr die Leiter drüberlegen. Ja, wer sagt es denn? Na, Rossi. Die dritte Stufe von oben, die hier, die ist mit der Alarmanlage gekoppelt. Die reagiert auf Druck. Wenn du da drauf trittst, geht sofort die Sirene los. Und Mayla, den kriege ich leicht auf. Elf. Vor morgen früh hören wir nicht. Rechts. Rechts. Ich habe mich noch nie so ohnmächtig gefühlt. Mensch, kann man in dem Laden nicht baden? Ich schwitze wie ein Affe. Guckt euch das mal an. Marmor, alles da. Unsere paar hat er auch. Halt mir mal das Fleisch, Oli. Ich bin mal das Fleisch. Ich habe mich auch in den Dänken. Das ist ein Ding. Wach? Das ist ein Ding! Also gehen, wir warten, hat keinen Zweck mehr. Na endlich! Ja, Klein? Dann stellen Sie es rauf. Ja? Schaut rein. Kriminalpolizei-Inspektor Klein? Heute Nacht wird ein Einbruch stattfinden. Wo soll der Einbruch stattfinden? In Tropauer Ried, Nummer 12. Ja, hallo, wer ist denn da? Ja, sagen Sie doch Ihren Namen. Wer sind Sie? Eingehängt. Also los. Hier, Mattes. Einsatzwagen Tropauer Ried 12. Sag mal, was sagte die Frauenstimme? Ja, du hast doch gehört, was sie gesagt hat. Ja, sie sagte, wird stattfinden. Das ist keine Anzeige, keine Beobachtung. Das ist nicht irgendein Nachbar, der da anruft. In fast die gleichen Worte wie die von Haller. Ja, nur, dass der anruf diesmal von der Frau kam, nicht? Bist du auch der Meinung, dass es voraus ist? Ja. Leider zu spät. Ja. Du, die haben ein Bad genommen. Wieso? Prost, dann noch da. Sicher die gleiche Band, ey. Was machen wir, Stefan? Wir? Hm? Also ich, ich fahre jetzt nach Hause und leg mich ins Bett. Und du? Wir schwitzen weiter. Aha. Ja, wieso fahren wir nicht zu Ross? Vielleicht ist er doch gar nicht zu Hause. Hat noch nasse Haare, meinst du? Da raus? Oh. Hm. Nein, 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 nein. Also vergiss nicht, wir wissen etwas. Wir wissen, dass seine Frau uns einen Tipp geben wollte. Sie wollte, dass wir ihn schnappen. Genauso wie es Haller wollte. Nein, der Ross, der darf gar nicht auf den Gedanken kommen, dass ihn irgendjemand verpfiffen hat. Oder es tun will. Einverstanden? Hm. Dann bin ich aber froh. Wo ist denn Ihr Mann, Frau Ross? Der ist zu Hause. Der schläft. Hätten Sie eine halbe Stunde Zeit? Bitte. Ja, aber wieso denn? Was wollen Sie denn von mir? Bitte. Guten Tag, Frau Ross. Es tut mir leid, dass wir Sie in Ihrer Mittagspause stören müssen. Darf ich Ihnen das da abnehmen, ja? Ging alles glatt? Hm, er schläft. Ist Ihre Tochter zu Hause? Ja, sie ist zu Hause. Was denn jetzt? Bin ich mich verhaftet? Aber nein, nein, nein. Ich möchte nur ein bisschen mit Ihnen reden. Das ist alles. Sie brauchen keine Angst zu haben. Wir gehen Ihnen über. Du bringst uns mal einen Kaffee oder Mineralwasser. Kommen Sie. Wir sind da ungestört. Solche Angst? Sie haben uns in der vergangenen Nacht angeholt. Ich habe niemanden angeholt. Ich habe niemanden angeholt. Ich habe niemanden angeholt. Christoph, er war mit Ihrer Tochter befreundet. Und Albert, ich meine, mein Mann war nicht. Der wollte das nicht. Der sah das nicht gerne. Da war Lohner war ihm zu schade dafür und dann hat er gesagt, so wie du aussiehst, da kannst du doch jeden kriegen. Jeden? Nicht so einen mickrigen Buchdrucker. Hast du verschanden, was ich sage? Ja, Herr Ross. Du bist doch nicht attraktiv. Wer bist du denn? Was hast du denn? Hör mal zu, ich finde, du musst auf dem Teppich bleiben. Das beste Stück Fleisch kriegt immer der, der es sich leisten kann. Du kannst mir auch nichts leisten. Vater! Halt den Mund, ich weiß, was ich sage. Mit dem Kitten und mit dem Hintern kannst du bei jedem Millionär einsteigen. Stattdessen riefst du mir so einen blassen Idioten ins Haus. Wie viel Geld hast du, Natascha? Na los, zeig mal! Geld? Ja, im Augenblick... Ich will es sehen. Es ist kurz vorm Ersten. Wie viel es ist, will ich wissen. Die 23 Marke. Und die Pfennige. 56 Pfennig. Na, da kannst du aber Sprünge mitmachen. Großartig! Lass ihn doch, Vater. Hast du doch gesehen, wo du mit deiner Art hinkommst? Ich hör wohl nicht richtig. Entschuldige, Vater. Bitte entschuldige. Wo ich hinkomme? Wohin bin ich denn gekommen? Sage doch entschuldige. Du wirst mir das Gefängnis vorhaben. Nein, Vater, wirklich nicht. Bestimmt nicht. Ich werf dir gar nichts vor. Glaub mir. Es hat sich auch so angehört. Hat angehört? Hat er sich so. Schauen Sie sich heraus, bitte nicht schlagen. Na, nun. Plötzlich so viel Mut. Schlagen Sie mich, aber nicht Ihre Tochter. Sie versuchen ja wenigstens kein Waschlappen zu sein. Vielleicht, vielleicht ist noch nicht alles verloren. Vielleicht können wir noch was mit Ihnen anfangen. Immer einen trinken. Vielleicht müssen wir uns nur besser kennenlernen. Vater? Luna hat noch gesagt, Vater, du kannst... Entschuldige, ich fahr zu der Alarmfirma raus. Kommt einer von euch mit? Fährst du bitte. Ja, ich fahr mit. Sind Sie zusammen trinken gegangen? Ja. Nö. Christoph Haller wollte ihm wohl zeigen, dass er sich nicht fürchtet vor ihm oder dass er ihn vielleicht doch ganz nett findet oder sowas. Seinen guten Willen ihm und da, da ist er eben mitgegangen. Gehört! Gehört! Herr Halle, Herr Halle, was machen Sie denn hier? Herr Halle, 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 Herr Halle Mein Vater hat ihn mit nach Hause gebracht. Wie geht es dir denn? Mein Handtuch, bitte. Lass es. Was ist denn das? Wo hast du denn das Geld? Christoph. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich war in einem Lokal mit ihm. Getrunken und gesungen. Und da sind wir weitergegangen. Er war in den Zaun gegangen. Da haben wir eine Tür aufgebrochen. Und sind in ein fremdes Haus gegangen. Er hat dich mitgenommen. Ich habe einen Einbruch mitgemacht. Guten Morgen. Alle zusammen. Na so, ganz richtig wach. Bist du aber noch nicht Buchbrocker, hm? Was hast du denn mit ihm gemacht? Ich? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Alles, was er gemacht hat, hat er selber gemacht. Aus eigenem Anteil. Er hat einem Problem abgeholfen. Diesem da. Er war überhaupt nicht zu bremsen. Ich muss sagen, ich habe ihn verkannt. Ein richtiger Draufgänger, wenn er ein bisschen was getrunken hat. Was mit dem Kaffee? Er hat ihn mitgenommen. Ja. Bei dem armen Jungen, da muss wohl da oben was ausgesetzt haben. Er war ganz verzweifelt, war er ratlos, sind hilflose. Sie wissen, was Sie jetzt, äh, ich meine, Sie sind sich über die Bedeutung Ihrer Aussage im Klaren. Was denn für eine Bedeutung? Was soll denn das für eine Bedeutung haben? Christoph Haller ist tot, der kann nichts mehr sagen. Der kann nichts mehr sagen, der ist tot. Und mein Mann, der, der wird sagen, das ist alles gelogen. Das sind Hirngespinste, der wird alles ableugnen. Aber heute Nacht, Roper Ried, das haben Sie gewusst. Ja, ja, na. Sie haben uns angerufen. Ja, von Christoph Haller habe ich es gewusst. Der sollte doch wieder mitmachen. Haben alles besprochen und, und dann habe ich gedacht, jetzt lass ihn doch in die Falle laufen. Dann sind wir endlich los. Ich hätte auf meine Eltern hören sollen, ich hätte ihn einfach nicht heiraten dürfen. So eine fabelhafte Zeugenaussage. Nein, 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 das ist sie nicht. Ich stehe nicht dazu. Frau Ross, wir haben Ihren Anruf auf Tonband genommen. Wir können nachweisen, wir können technisch, wissenschaftlich nachweisen, dass es sich um Ihre Stimme handelt. Na, ich werde alles ableugnen. Ich weiß nicht, sie weiß gar nichts, sie hat mir nie was gesagt, sie hat mich nie eingeweiht. Das Einzige, was ich, was ich weiß, ist, dass er sich vorher in meine Passions legt. Das Aberglauben. Ich unterschreibe nichts, gar nichts. Gar nichts. Eine kleine Frage, kann es möglich sein, dass die Schaltpläne, die Sie aufbewahren, ich meine, die haben Sie ja irgendwo in der Schublade im Schreibtisch oder so, kommt da jemand ran? Ganz ausgeschlossen. Brief und Siegel gebe ich Ihnen, ganz unmöglich. Ja, wie kommt es aber dann, dass bei allen Einbrüchen Alarmanlagen außer Kraft gesetzt wurden, die bei Ihrer Firma gebaut wurden? Ja, das ist etwas, was ich nicht erklären kann. Und der Mann, der die Anlage gebaut hat, können Sie für Ihre Mitarbeiter die Hand ins Feuer legen? Die Anlage von Dr. Schliemann ist gebaut worden von unserem Herrn Fleischmann. Der kann gar nicht in Frage kommen, weil der ist gar nicht mehr bei uns. Ja, wieso ist er nicht mehr bei Ihnen? Er ist entlassen. Er hat einen Verkehrsunfall verursacht und einen Menschen überfahren. Er ist für ein Jahr ins Gefängnis gegangen. Moment mal. Ihr Mitarbeiter, dieser Herr Fleischmann, kann ich mal telefonieren? Ja, der Mann ist im Gefängnis. Da kann er ja nichts anrichten. Ja. Ich weiß nicht, worüber du so intensiv nachdenkst, aber bist du für deinen Mitarbeiter Harry Klein zu sprechen? So. Ja. Bitte. Harry. Herrgott, das ist ja, wo bist du? Ich komme sofort. Na? Horst ist es. Der Einbrecher und der Mörder. Aber es wird ihm nicht nachzuweisen sein. Bis jetzt nicht. Halt die Schnauze, Fleischmann. Die Sache ist gelaufen, Stefan. Na, sagen wir so, die Sache läuft. Aber gelaufen ist er noch nicht. Das verstehe ich nicht. Ross war doch mit ihm in einer Zelle. Mit dem Mann, der die Alarmanlagen gebaut hat. Von dem hat er doch alles. Ja, bitte. Herr Fleischmann. Danke. Guten Tag, Herr Fleischmann. Kommen Sie mal ein bisschen näher. Na, was haben Sie denn Ihrem Zellengenossen, dem Herrn Ross, da so alles erzählt? Wieso? Was hat er denn gemacht? Na, er hat die Tipps, die Sie ihm gegeben haben, ausgenutzt. Er ist eingebrochen. Er kannte ja die ganzen Alarmsysteme. Wusste, wie sie funktionierten, wo sie eingebaut waren. Das haben Sie ihm ja alles beigebracht. Wohin überweist er Ihnen denn Ihren Anteil? Da ist nämlich eine ganze Menge zusammengekommen. Ich habe nichts damit zu tun. Ich will Ihnen sagen, wie das geschehen ist. Ich habe mich in seine Zelle legen lassen. Ross freute sich. Er hätte nur auf mich gewartet. Dann hat er mich gefragt, wo ich gearbeitet habe. Ich war ganz froh. Ich habe hier nichts dabei gedacht. Ich war froh, dass ich endlich mit jemandem über meinen Job sprechen konnte. In diesem stumpfseligen Knapp. Ist Ihnen klar geworden, dass Sie Betriebsgeheimnisse ausgeplaudert haben? Mal Grinder ausgedrückt. Noch dazu einem Berufsverbrecher gegenüber? Doch, das ist mir jetzt klar. Das war der Einzige, der nett zu mir war. Der Einzige, der mit mir gesprochen hat. Verstehen Sie das nicht, Oberinspektor? Ja, das verstehe ich nicht. Wir haben gewonnen, Stefan. Die Beweise sind doch erdrückend. Ross ein Gewohnheitsverbrecher, notorischer Einbrecher, lässt sich in eine Zelle legen, mit einem Mann, dessen Beruf es ist, Alarmanlagen zu bauen. Er zwingt diesen Mann, ihm Details verschiedene Anlagen zu erklären. Weiter? Er hat es ihm erklärt. Genau beschrieben, die Sicherung von verschiedenen Objekten. Fleischmann hat ja alles aufgeschrieben. Es sind zehn. Und bei vier davon haben in jüngster Vergangenheit Einbrüche stattgefunden. Also, wenn das nicht eindeutig ist. Für dich? Ja, für dich nicht. Ja, natürlich, auch für mich. Aber das Gericht braucht Beweise und keine Schlussfolgerungen. Und wenn sie noch so logisch sind. Harry, Ross würde doch sagen, natürlich habe ich Fleischmann ausgequetscht. Das interessierte mich doch. Aber die Einbrüche, die Einbrüche habe ich doch nicht begangen. Und dann liefert ihr die Fabel auf der Alibis. Und seine Frau, die bei uns anruft, ihre Geschichten über Haller. Er kann sich jederzeit wieder rufen, wird sie auch tun. Weil sie Angst hat. Ja. Ross hat nicht die Spur eines Gewissens. Sie hat Angst um ihre Tochter. Ja, was machen wir dann? Gib mir mal den Zettel. So, das ist die Liste der Objekte, die Fleischmann ihm genau beschrieben hat. Vier sind weg, da bleiben also noch sechs. Und du meinst, die will er nicht auslassen? Ja, warum sollte er denn? Er fühlt sich doch vollkommen sicher. Das muss er auch. Ja, was machen wir? Die Firma, die die Anlagen gebaut hat, baut bei den restlichen sechs Firmen die Alarmanlagen so um, dass bei einem Einbruch automatisch das nächste Polizeirevier alarmiert wird. Und die verständigen uns. Das finde ich stark. Ja, und was mir an der ganzen Sache nicht gefällt, dann haben wir Ross den Einbrecher. Und ich will den Mörder. Albert, du bist der Größte, aber hast du das gelernt? Gibt es in Landsberg auch Billiards spielen? Schon heuer der Zeit nicht. Gibt es nur in der Runde aus, he? Ja! Eine Runde für... Können Sie sich das leisten? Guten Tag, Herr Oberinspektor. Ob ich mir was leisten kann? Ein Bier und einen Schnaps für meine Freunde? Ich kann. Seit wann sind Sie raus? Seit vier Monaten. Arbeiten Sie was? Ich bin doch nicht verrückt. Na ja, dann ist die Frage eher berechtigt, ob Sie es sich leisten können, so viele Leute einzuladen. Ich habe eine Klage. Aus Ihren Einbrüchen? Sie haben doch noch nie richtig gearbeitet. Sagen Sie mal, was wollen Sie eigentlich von mir? Weswegen sind Sie überhaupt hier? Hören Sie endlich auf damit! Nervös? Hm. Ich habe Ihnen noch mal die Stelle angesehen, wo man Ihren Freund Haller erschossen hat. Aber auch nicht mein Freund. Schon in Ordnung. Ich will Ihnen ja gar nicht aufschwärzen. Vielleicht wollen Sie ein bisschen Billiards spielen. Um den Drink für alle. Sehen Sie, das kann ich mir nicht leisten. Ja, und Sie arbeiten. Das stimmt doch einfach nicht. Wollen Sie mal probieren? Wenn man mal Platz macht. Ich habe nicht so viel Übung. Nicht so viel wie Sie. Wie groß müssten die Löcher denn sein, Herr Oberinspektor? War ja nur eine Frage. Was sagt die Firma? Einverstanden. Obwohl die Leute zuerst Schwierigkeiten machten, wegen der Kosten. Aber Sie bauen bei den sechs Objekten, die wir Ihnen genannt haben, die Anlage um. Und dann, hoffentlich bricht er ein. Ja, hoffentlich. Er hat pausenlose Verhöre erwartet. Und wir lassen ihn in Ruhe. Hoffentlich wird er nicht misstrauisch. Warum seid denn hier plötzlich so stumm? Wieso? Was meinst du denn? Ich höre euch quassern, aber wenn ich reinkomme, dann hört ihr plötzlich auf. Und ich frage euch, warum. Warum? Warum? Es gibt keinen besonderen Grund. Hat die Polizei immer angerufen? Nein. Oder waren die hier? Nein, es war niemand hier. Ich mal um. Warum soll ich mich denn umdrehen? Es hat also niemand mit dir gesprochen. Nein, mit mir hat niemand gesprochen. Und mit dir auch nicht. Nein. Wie sagst denn du nein? Ja, wie sage ich denn nein? Ja, aber ich gebe dir einen guten Rat. Gewöhn dir den Ton ab, ja? Entschuldige, Vater. Ich muss noch was besorgen. Ja, ich muss noch was besorgen. Ja, derrick. Ja. Danke. Frau Ross, Ihr Mann legt gerade eine Patience. Sind alle Wagen in Bereitschaft? Ja, wir haben zehn Wagen an allen wichtigen Punkten der Stadt. Von wo auch immer der Alarm kommt, wir sind die wenigen Minuten da. Aber wo ist der weg? Was wollen Sie denn? Sagen Sie mal, Sie können mich wohl überhaupt nicht ausstehen. Warum geht's? Nichts besonderes. Dienst los, Feierabend, wollte was trinken gehen, möchte Sie gerne einladen. Einladen? Ja. Wozu? Na, weiß ich, was Sie trinken? Sie wollen mich zum Trinken einladen. Ja. Wenn Sie wollen. Und wenn Sie Zeit haben. Dann müssen Sie aber lange überlegen. Ja, das empfiehlt sich. Ja. Warum eigentlich nicht? Können Sie mich einladen? Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Okay. Ich zieh mir nur was anderes ein. Sagen Sie mal, müssen Sie immer hinter mir herlaufen. Oh, nein. Entschuldigen Sie bitte. Es ist wirklich eine dumme Angewohnheit. Ja, Brandy, mein Schatz. Tereck. Was gibt's denn Neues? Fie, mit einem Witzgeherr. Komm, komm. Lassen Sie sich nicht stören. Ich nehme Tonic, ja? Wo kann man denn hier telefonieren? Jetzt ist doch ab, aber warte. Jetzt erzähle ich dir die Geschichte. Ja? Korske? Hä? Was ist? Allein? Das ist doch die Idee, Mensch, das geht. Besseres Alibi kann ich doch überhaupt nicht haben. Die Bullen sind für ein für alle mal los. Ja? So gesehen hast du recht. In Ordnung. Alles nur mit dir, bevor ich die Geduld verliere. Danke. Mhm. Auf Ihr Wohl. Ja, trinken wir erst mal auf das Ihre. Es ist mir wirklich ein Vergnügen. Ihr Stammlokal? Ach nein, 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 nein. Ist auch nicht besonders. Kein Betrieb, kein Leben. Wollen Sie Musik hören? Nee, dass es mir so macht, lieber. Ja, mir auch. Wollen Sie mit mir Karten spielen? Nein, nein. Wissen Sie, immer wenn ich ein Problem habe, dann, äh... Dann lege ich mir da Pass sie aus. Ja, der ist einfach. Den knack ich leicht. Du kannst jetzt ausschalten. Objekt 17, Spedition Hellmann. Zentrale, hier Revier 12. Wir haben Alarm für Objekt 17. Hier Revier 12, Alarm Objekt 17. Ja, ist gut. Wir kommen sofort. Alarm auf Revier 12, Objekt 17. Spedition Hellmann, los! Wie sieht's draußen aus? Absolut Ruhig. Sehr gesprächig sind Sie nicht gerade, Derrick. Sie haben doch irgendwas vor. Wollen Sie noch einen Tonic-Water? Ja. Ich will noch einen Tonic-Water. Wollen die? Derrick, Sie können mich nicht reinlegen, falls Sie das vorhaben. So, kann ich nicht. Aber ich hab's vor. Hände hoch, Polizei! Hände hoch, Polizei! Hände hoch, stehen bleiben! Ah! Ich will mich schießen! Absolut ruhig. Wo ist Ross? Ross? Wird Ihnen nicht langweilig? Oh. Ich hab Zeit. Ich genieße den Abend. Alles in Ordnung. Was ist denn los? Ja! Ich möchte zahlen. So, die Patience ist aufgegangen. Sie sind festgenommen. Hier ist der Haftbefehl. Wieso ist Ross nicht dabei gewesen? Jetzt haben wir seine Leute und den Anführer haben wir nicht. Warum tust du das? Ich will den Mörder. Die nötigen Beweise bekomme ich nicht von ihm selbst, sondern von seinen Leuten. Und die will ich allein. Wo sind Sie? Hast du Ihren Namen, Ihre Adressen? Ja, haben wir alles. Sind Sie einschlägig bekannt? Fast alle. Wer nicht? Weber. Wer ist Weber? Na? Jetzt ist wohl nichts mehr mitbejahd. Haben Sie Familie, Frau, Kinder? Ja, zwei Kinder. Wie alt? Zwei und vier. Schade, Sie werden Sie nicht mehr aufwachsen sehen. Wahrscheinlich werden Sie Sie nie mehr sehen. Nie mehr? Na, wenn Sie lebenslang bekommen. Nun machen Sie mal einen Punkt, Herr Oberinspektor. Ja, ja. lebenslänglich. Für einen Einbruch. Einbruch? Ja, wir sprechen hier von Einbruch. Sprech doch nicht von Einbruch. Sprech doch von Mord. Von Mord an Christoph Haller wegen Mordzeiten. Ja, Einbruch. Lieber Himmel, das ist eine ganz andere Abteilung. Interessiert mich gar nicht. Aber wir haben doch nichts mit Mord zu tun. Wie war doch der Name? Wie sagten Sie? Wollen Sie sagen, Sie kennen Haller nicht? Nein. Habt ihr einen riesen Spaß mit Ihnen gehabt, wie er da betrunken auf dem Billiardtisch stand? Theo, tatatatatatam. Na, keine Erinnerung mehr? Auch nicht daran, dass Sie den Betrunkener mitgenommen haben auf einen Bruch? Einen Freund, Komplizenhelfer, der sich das Geld, das er eben da in die Taschen gestopft hat, redlich verdient hat? Die Sache hat nur einen Haken. Er ist nicht freiwillig mitgegangen. Er wollte raus aus der Sache. Der lief zum Telefon, um uns anzurufen. Er hat uns angerufen. Na, Klein? Ja, Sie haben ganz richtig verstanden. Ein Einbruch. Heute Nacht gegen 10 Uhr bei der... Wo? Reden Sie doch weiter. Reden Sie doch weiter. Na, haben Sie die Stimme erkannt? Wollen Sie weiterleugnen, diesen Mann zu kennen? Das können Sie nicht. Sie haben Haie erschossen, weil Sie fürchten, er würde Sie verraten, was er auch getan hat. Wann wollen Sie Ihre Frau wiedersehen? Sie haben keine Chance. Nicht die Geringste. Also, wer hat geschossen? Drei Schüsse. Drei Männer. Wer verdient? Jeder verdient? Sie haben zwei Minuten. Ich krieg Sie schon noch weich. Ja, wir haben alle Karten ausgespielt. Ich hab nur einen im Ärmel. Harry, wir haben einen Mord aufzuklären. Schick mal die beiden raus und lass mir nur den Weber drin. Der mit den beiden Kindern. Der ist am weichsten. Warum fragen Sie eigentlich nicht, wo Ross geblieben ist? Sie warten doch die ganze Zeit darauf, dass der Name fällt. Warum fällt er nicht? Haben Sie mal darüber nachgedacht? Weil er hier ist. Warum ist er hier? Was meinen Sie? Um eine Zeugenaussage zu machen. Er weiß, wer der Mörder ist. Warum hat er Sie heute Nacht den Bruch allein machen lassen? Wie kommt es, dass er ausgerechnet heute Nacht nicht dabei war? Haben Sie Haller umgebracht? Wollen Sie nicht sagen, wer es war? Haller war in der Kneipe von Koch. Lötzli stand da auf und sagte, Ich warte draußen auf ihn. Deo! Wir fahren nach Lötz. Deo, wir fahren nach Lodge. Na, also dann. Danke. Renate, ich komme noch auf den Sprung vorbei. Deo, wir fahren nach Lodge. Gott, verlass es doch. Nur Heu und Tor. Steht der gleiche Truss. Nur Heu und Tor. Ich stelle wie Cooper. Uh, die Hände gräbt dazu. Renate, ich komme noch auf den Sprung vorbei. Hier raus. Mmh. Bier. Deo, wir fahren nach Lodge. Deo, wir fahren nach Lodge. Dann fassen wir das Glück beim Schopf und hauen alles auf den Kopf. Deo, wir fahren nach Lodge. Dies verdammte Nest. Gib mir den Rest. Ich fühl mich zu jung für Mist und Dunck. Ich brauch Musik und Tanz und etwas Eleganz. Gib dir einen Stoß. Und dann geht's los. Und dann geht's los. Deo, wir fragen auf den Tisch. Deo, wir fahren nach Lodge. Deo, wir fahren nach Lodge. Wir sind demo auf den Tisch wem. Deo, wir fahren nach Lodge. Untertitelung des ZDF, 2020